Be Yourself, endlich die eigene Mitte finden und weg von der ewigen Selbstsabotage. Mein Name ist Dennis Vorberg und ich freue mich, dass Du mich auf meiner Reise zurück zum Glück begleiten willst. Bist Du bereit? Dann lass uns losgehen. Hey, ich freue mich riesig, dass Du auch wieder dabei bist. Und heute geht es darum, warum Niederlagen oder das Scheitern im Leben so wichtig ist. Und warum das so wichtig ist, das klären wir jetzt. Wenn Du Folge 3 von meinem Podcast schon kennst, dann weißt Du ja, dass ich dort von Authentizität spreche. Also Authentizität spreche, schweres Wort. Ja, und ein Teil von Authentizität, da ist es wieder, also von wirklich authentisch sein oder und beziehungsweise ehrlich zu sich selber sein, ist eben, dass wir eben nicht alle perfekt sind, weil es gibt keine Perfektion. Und da gehören eben auch die guten und die starken Seiten zu uns, aber auch eben die schwachen Seiten und die Niederlagen, die wir halt manchmal so im Leben erleben. Im Leben erleben. Die Folge ist noch keine Minute alt und ich habe jetzt schon das Gefühl, das wird eine gute Folge. Im Leben erleben. Ja, aber wieder zurück zum Thema. Also nochmal, es gibt keine Perfektion und im Leben gehören halt deine starken Seiten dazu oder die guten Zeiten dazu oder guten Seiten dazu. Aber auch eben die schwachen und die Niederlagen. Und ehrlich gesagt sind genau diese Niederlagen genauso wichtig, wenn nicht sogar noch viel wichtiger als immer nur die Erfolge. Ja, und denn gerade in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch in der Motivationspsychologie geht es ja eigentlich immer nur darum, dass wir immer höher, schneller und weiter und immer besser werden und immer größer werden und haben eigentlich immer nur das Ziel vor Augen und nicht so wirklich den Weg dorthin. Und letztendlich geht es ja auch darum, um den Weg. Es geht darum, den Weg dorthin, den wir bestreiten, zu genießen. Und auf diesem Weg werden wir halt Hindernisse erleben. Denn du wirst auf deinem Weg irgendwann an einen Punkt kommen, wo es vielleicht nicht weitergeht. Und entweder kannst du das jetzt als Niederlage sehen oder einfach als zusätzliche Erfahrung, um vielleicht in dem Bereich nochmal zusätzlich zu wachsen. Und ich glaube, dass das halt etwas ist, was uns nicht beigebracht wird. Denn in unserer Gesellschaft geht es immer nur darum, um das Endresultat. Also es geht immer nur um das Endresultat. Es geht nicht darum, wie war die Reise. Zum Beispiel die Reise vom 20 Kilo abnehmen. Es geht immer nur um das Vorher- und das Nachherbild. Oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Man sah ihn vorher und danach, wie er in seiner Luxusvilla sitzt und sich die Sonne auf dem Pelz brennen lässt. Es wird nie der Weg gezeigt, welche Hindernisse hat derjenige auf dieser Reise gehabt oder aber auch dieser Weg. Die Reise ist genau die Zeit, wo wir die meiste Zeit mit verbringen. Das, was wir also jeden Tag machen, und das ist doch das Allerwichtigste eigentlich. Und wenn wir das nicht genießen, das, was wir im Hier und Jetzt haben, dann ist es doch völlig egal, wie das Endresultat wird. Denn so gesehen rennen wir dann einer Illusion hinterher. Erst wenn wir das erreicht haben, also den Weg zu genießen, ich glaube, dann werden wir erst glücklich sein. Ja, und ganz häufig sind es dann diese Stolpersteine, denen wir begegnen auf diesem Weg. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, Schwierigkeiten oder wir werden verlassen oder wir haben keine Kohle mehr. Oder was auch immer gerade dein Ziel ist oder dein Projekt gerade ist. Ja, oder was du halt gerade machen willst. Es gibt immer im Leben irgendwelche Stolpersteine oder Hindernisse. Es gibt immer irgendwas, was nicht funktioniert. Das ist so, als ob du zum Beispiel auf einer Reise bist. Eine Reise vielleicht mit Bus und Bahn. Und auf einmal verpasst du deinen Zug. Dann ist das so gesehen auch ein Stolperstein. Denn vielleicht verpasst du ja auch dann deinen Anschlusszug am nächsten Bahnhof. Und kommst dementsprechend viel zu spät an deinem Reiseziel an. Und womöglich ist dann auch noch das Hotelzimmer weg. Und ja, keine Ahnung. Also gibt es ja jetzt die Möglichkeit, das entweder als Niederlage zu sehen und zu schmollen. Oder es halt als etwas, was einem halt im Weg steht. Aber du dann diese Wartezeit dann vielleicht dazu nutzt, um etwas zu erledigen. Oder vielleicht war es ja genau das Richtige, dass du den Zug verpasst hast. Weil vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht lernst du ja sogar jemanden kennen während der Wartezeit auf den nächsten Zug. Ja, und die einen würden das jetzt wahrscheinlich als Schicksal betiteln. Und ich nenne das einfach einen Stolperstein. Einen Stolperstein auf meinem Weg. Ja, okay. Vielleicht ist das jetzt mit dem Zug ein etwas banales Beispiel. Aber eigentlich sollst du dir das ja nur das Ganze bildlich darstellen. Und dass alles, was wir im Leben erleben, also auch das, was wir jetzt gerade als Scheitern oder auch als Umweg erleben, dass wir das genauso genießen sollen und müssen oder auch vor allem dürfen, als immer nur auf das Endresultat zu sehen. Wichtig ist dann aber auch dabei, zu reflektieren. Was habe ich jetzt daraus gelernt? Also was ist mein eigenverantwortlicher Teil in dieser Sache? Und was kann ich das nächste Mal machen, um das anders zu sehen? Und während du das Ganze machst, also während du dann selbst reflektierst, sei immer liebevoll mit dir. Sei immer gnädig. Ja, sei immer wertschätzend mit dir selber. Denn eigentlich gibt es ja keine Perfektion. Genauso wie es keinen einfachen Moment gibt, den wir festhalten können. Weil jede Sekunde und jede Minute oder mit jedem Atemzug ist die Welt schon wieder anders. Und Niederlagen sind immer etwas Temporäres. Genau wie auch unsere Erfolge. Denn auch die sind einfach immer nur temporär. Und wenn man das dann genauso sieht, wie zum Beispiel das Wetter, dass wir halt verschiedene Jahreszeiten haben und dass von der einen Minute zur anderen die Sonne scheint, oder es auf einmal anfängt zu regnen, dann ist das genauso wie mit unseren Niederlagen und den Erfolgen. Ja, und das Schlimme ist halt, in unserer Gesellschaft werden immer nur Erfolge gefeiert. Selten Niederlagen. Oder eigentlich fast gar nicht. Denn schon in der Schule wird die Eins plus oder maximal die Zwei zelebriert. Aber eine Vier oder eine Fünf, das ist gleich wie eine Niederlage und wird definitiv nicht gefeiert. Oder es wird auch nicht gefeiert, dass du zum Beispiel als Letzter durchs Ziel gelaufen bist, weil du vielleicht vorher umgeknickt bist. Aber genau das gehört nun mal auch dazu. Das gehört zu den Erfolgen. Denn genau durch diese Niederlage wirst du ja besser. Obwohl du umgeknickt bist, hast du ja das Rennen beendet. Und deswegen ist es auch wichtig, genau diese Niederlagen zu zelebrieren und sich auch bewusst zu machen, dass es jetzt nichts Schlimmes ist, egal welches Ziel du jetzt erreichen willst oder welches Herzensprojekt du jetzt gerade gehst. Es gibt immer irgendwelche Stolpersteine. Die hat jeder von uns. Die sind auch total wichtig. Und die sind auch total normal. Ja, und je öfter wir darüber sprechen und je öfter wir uns diese bewusst machen, desto mehr gehören sie auch zu unserer Reise. Und auf einmal sind sie dann auch gar nicht mehr so störend. Und wenn du dir mal überlegst, wie oft man manchmal auch Zeit investiert und vor allem auch verliert, weil man sich darüber aufregt, ach scheiße, hätte ich das doch mal wieder anders gemacht. Mann, so dämlich kann doch kein Mensch sein. Und dann kommt wieder dieser innere Kritiker, der dich dann total zerreißt und sagt, hey, wie doof und dämlich kannst du gerade nur sein. Aber hilft dir das wirklich weiter? Also hilft dir das wirklich weiter, um an dein Ziel zu kommen? Meistens eben nicht. Beziehungsweise eigentlich nie. Okay, manchmal hilft es dir dann vielleicht, um dir den extra Tritt in den Arsch zu verpassen. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch eher eigentlich etwas, was uns behindert und was uns traurig macht. Ja, und depressiv und schlecht gelaunt sogar. Anstatt man dann einfach sagt, scheiße, ja, ich habe Mist gebaut, aber shit happens und weißt du was, alles gar nicht so schlimm. Dann mache ich es beim nächsten Mal halt anders. Ja, und das ist halt genau das, warum Scheitern eigentlich so wichtig ist. Und dass der Weg am Ende zu dem Ziel, was wir haben, eigentlich viel wichtiger ist als das Ziel selber. Ja, und wenn du jetzt noch nicht liebst, was du tust, dann frag dich doch einfach mal warum. Warum liebst du das nicht? Das, was du gerade tust. Wenn du erst dann glücklich bist, wenn du irgendwo angekommen bist, tja, dann wirst du niemals ankommen. Also mach dich nicht abhängig von einem Ziel, sondern liebe das, was du tust. Liebe jeden Atemzug, jeden Schritt. Denn wenn du immer nur deinem Ziel hinterher rennst und nicht wirklich die Zeit während deiner Reise genießt, dann vergeudest du eine Menge Lebenszeit. Und du vergeudest eine Menge Lebenszeit mit etwas, was du nicht liebst. Ja, und du wirst dann auch niemals ankommen und auch niemals das fühlen, was du dir wünschst. Denn so gesehen hast du jetzt gerade hier schon alles, was du brauchst. Und die Niederlagen oder auch die Stolpersteine oder das Scheitern, das gehört einfach dazu. Zu deinem Weg. Und genau in diesem Sinne hoffe ich, dass du einfach dran bleibst. Dran bleibst an deinem Projekt, an deinen Zielen und auch an deinen Wünschen. Lass dich nicht entmutigen. Wir haben alle mal diese Tage, wo wir am liebsten aufgeben wollen. Aber am Ende geht es immer nur darum, durchzuhalten. Die Disziplin haben mit diesem schlechten Gefühl und den Niederlagen umgehen zu können und die auch zuzulassen und die auch wirklich willkommen zu heißen und sagen, ja, scheiße Mann, ich habe heute echt Bockmist gemacht. Da bin ich jetzt gescheitert. Aber so what? Ich habe jederzeit die Möglichkeit, etwas Neues aus meinem Leben zu machen und weiter an meinem Ziel zu arbeiten. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine weitere Empfehlung, damit möglichst viele Menschen meinen Podcast Be Yourself auch hören können und ich möglichst viele Menschen dabei unterstützen kann, ebenfalls zurück zum Glück zu finden. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit dir. Bis bald, dein Dennis. 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 Vielen Dank.